Die Hände wie Wolken bewegen. Wir starten in überschulterbreiter Position, etwas breiter in der Stellung als bei der Stehmeditation und beginnen die Hüfte zu kreisen. Wir zeichnen eine liegende Acht in den Boden, die Fußflächen halten wieder gute Verbindung zum Boden hin. Nun beginnen auch die Hände zu kreisen, die linke Hand von innen nach außen, die rechte Hand von innen nach außen, die linke Hand gegen den Uhrzeigersinn, die rechte Hand mit dem Uhrzeigersinn. Wir blicken der oberen Hand nach. Am Ende der Übung kommen wir wieder in unsere Ausgangsposition, schließen die Beine, legen die Handflächen auf den Unterbauch, atmen zu den Handflächen und spüren die Übung nach. JAKULT – Jeder Tag ein guter Tag